Ja hi, der Jan hier von Music & Stuff. Wir sind auf der Musikmesse 2015 jetzt bei Nowsonic, die in diesem Jahr erstmals Bühnenmonitore im Programm haben und der Lars erklärt uns mal ein paar Details dazu. Moin, ja das haben wir hier mit der Stage-Trip-Serie, Stage-Trip 10, Stage-Trip 12, zwei Bühnenmonitore mit koaxialen Lautsprecher, Power-Con-Anschlüssen, nicht nur Power-Con für die Box selber, sondern leitet auch weiter, was insbesondere beim praktischen Bühnenaufbau nicht verkehrt ist. An Audio-Eingängen haben wir einen XLR-Combo-Eingang, den ich umschalten kann von Line auf Make, ich kann also auch direkt ein Mikrofon anschließen, leitet auch das Signal weiter, ich habe einen eingebauten Low-Cut und die Box ist verfügbar mit in der kleinen Version Stage-Trip 10 100 Watt und 350 sowie 100 Watt und 400 Watt. Verfügbar ab sofort im gut sortierten Fachhandel ab 300 Euro aufwärts. Alles klar, das ist doch mal eine feine Sache. Dann vielen Dank für diese kurzen Infos. Das war Jan Hoffmann von Music & Stuff auf der Musikmesse 2015.